In diesem Video geht es um die besten drei Vordach für Haustüren. Der erste Platz das High-End-Produkt. Hergestellt aus strapazierfähigem Polycarbonat-Material mit Hortransparenz, Leichtigkeit und einfacher Installation ideal für den Einsatz im freien, in Wohn- und Geschäftsbereichen. Es blockiert direktes Sonnenlicht, verhindert, dass Regen und Schnee eindringen, wenn die Tür geöffnet ist, und schützt Möbel, Böden, Fenster und Türen gut. Unsere Markisen passen perfekt zu Fenstern, Bodentiefenfenstern, Schaufenstern oder einfach nur Balkonen. Egal wie windig oder regnerisch es ist, Sie müssen sich keine Sorgen um den Klang von Regentropfen machen, die auf die Markise treffen, und können ruhig schlafen. Das Dach kann leicht gemäß klaren Anweisungen montiert und demontiert werden. Es ist so konzipiert, dass es Installations-Probleme beseitigt und Zeit spart. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger. Die Außenmarkise für Fenstertüren ist mit einem integrierten Polyester-Dach mit einer Halterung aus Polycarbonat und Aluminiumligierung ausgestattet. Dieser Wetterschutz mit seinem speziellen Aussehen kann dank seines einfachen und eleganten Designs, der stillvollen Seitenhaltern und geschwungener Form, jedem Wetterstand halten. Das einfache und atmosphärische Vordach kann an der Tür des Fensters installiert werden, um zu verhindern, dass Regenwasser in den Raum gelangt, und kann auch als Sonnenschutz auf Höfen, im Freien, auf Balkonen und so weiter verwendet werden. Sie können mehrere Vordächer verbinden, um große Eingänge, Fenster oder Giebige abzudecken. Das Vordach eignet sich perfekt für Ihre Haustür, Hintertür, Balkon und kann sie vor Regen und Sonne schützen. Der dritte Platz das Sparprodukt. Das Vordach der Eingangstür kann Regen-, Hagel- und Ultravionete-Strahlen verhindern, den Eingangsbereich vor Regen- und Wind schützen, Ausrutschen vermeiden und die Sicherheit der Familienmitglieder sowie die Sauberkeit des Vordachs schützen. Das elegante Erscheinungsbild des Vordachs verbessert die visuelle Wirkung der Außenwand und macht jeden Eingangsbereich ansprechend. Es ist pflegeleicht, langlebig und kann separat erweitert werden. Das Dach besteht aus Polycarbonabplatten, die speziell für jedes Wetter entwickelt wurden, und einer Halterung aus Aluminiumlegierung, die strapazierfähig ist und in verschiedenen Farben erhältlich ist. Das Vordach eignet sich für die Installation an der Haustür, Garage, Balkon, Fenster, Auslage, Terrasse, Gartentier und so weiter.